Mit AV1 haben wir eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht und ich bin total froh, dass wir zusammenarbeiten, weil hier hochwertige Produktionen entstehen, die auf der einen Seite eine tolle Dokumentation unserer Vorträge sind und dazu helfen, die Themen, die uns interessieren, auch in die Welt zu bringen. Bis zum nächsten Mal.